Jo Leute, was geht? Mein Name ist Salvi und ganz kurz vor dem Video wollte ich noch etwas ansprechen. Denn der liebe Lukas, auch bekannt als Lucky Kali, streamt nämlich von morgen 14 Uhr bis zum Sonntag 14 Uhr, also 24 Stunden lang. Und mich würde es einfach mega freuen, falls viele von meinen Zuschauern bei ihm zuschauen würden. Ich meine, ihr kennt ja eh alle Lucky Kali und er ist mega korrekt und mega cool drauf. Und ich verlange natürlich überhaupt nicht von euch, so wie auch er nicht, dass ihr 24 Stunden da vor der Kiste sitzt und die ganze Zeit ihm zuschaut beim Zocken, überhaupt nicht. Aber dass ihr einfach mal ein bisschen vorbeischaut, da motiviert ihr ihn natürlich auch und das ist natürlich umso cooler mit mehreren Leuten zu streamen, ist ja logisch. Natürlich gibt es dann auch noch Projekte Leute, Special Projekte wie ein MindTalk UHC, wo ihr als Zuschauer auch mitmachen könnt. Und er wird natürlich nicht nur Minecraft spielen, sondern auch andere Games, aber halt hauptsächlich Minecraft. UHC wird dabei sein, Minigames, auch auf Gomm und Timolia wird da vielleicht was starten. Also ein mega, mega, mega cooler Livestream, total gefüllt mit ganz viel Zeug. Und ja genau, ich freue mich natürlich auch auf euch, ich werde auch dabei sein, so wie Robnick, Eddie und noch ein paar andere Jungs, wie gesagt. Und genau, wie ich sage, bis zum Livestream und sonst noch viel Spaß bei dem Video. Bis dann! Jo Leute, was geht, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute spielen wir mal auf dem Badlands Server eine Runde Gutsi Meetup. Ja Leute, heute geht es nämlich um mein 4K Pack, was ich hier gerade verwende, auch beim Spielen. Dann ja, das werde ich halt eben releasen, sobald ich 4K habe, wie gesagt. Wir sind ja eigentlich gar nicht mal mehr so weit weg von den 4000 Opponenten, was eigentlich mega, mega nice ist, Leute. Und ich danke euch auf jeden Fall vielmals dafür, dass ich überhaupt so viele Leute auf meinem Kanal schon habe. Ich werde den Kollegen können wir uns holen, der ist relativ lau. Ich werde den Kollegen, der ist relativ lau. Von da oben baut die ganze Zeit jemand. Oh Gott, ich bin hier wieder voll. Ich werde mir auf jeden Fall den Dreiviertel holen. Also natürlich vielen, vielen Dank Leute für die zahlreichen Abonnenten. Auch in letzter Zeit haben wir wieder ein paar gemacht und den nehme ich kurz mit und den hier auch noch. Perfekt. War zwar fresh gecleant, aber ich habe heute eigentlich nicht mehr so viel anzusprechen. Ich wollte einfach nur schon mal so eine Preview geben für das Pack hier. Und ich weiß nicht, ich werde natürlich dazu noch ein Textur-Pack-Video machen, wo ihr natürlich das Pack dann downloaden könnt, sobald ich 4K erreicht habe. Aber ja, ich wollte euch das Pack einfach schon mal so ein bisschen zeigen. Und können wir uns überhaupt... Nein, können wir nicht. Ich guck mal, ob da noch ein Schab 3 liegt. Ich würde mir nämlich eigentlich Schab 4 jetzt machen. Ich muss mal gucken, ob hier noch eins da liegt. Hier schon. Hier liegt noch eins perfekt. Ich habe 3. Okay. Dann machen wir uns das eben... Ich werde den Kollegen hier zu entfalten. Ich glaube, ich werde den Stuff jetzt nicht großartig looten und den einfach hier gleich weiterverhalten. Die Hose würde ich eigentlich noch ganz gerne haben. Mal schauen, wenn wir mal beim anderen. Hier die Hose. Ich bin eigentlich ganz kurz ausdrückgerüstet, bis auf die Hose, Leute. Muss mal gucken. Okay, wir sind noch zu dritt. Ich werde jetzt einfach fighten, Leute, weil sonst dauert mir das hier zu lange. Mal gucken, ob wir den jetzt einfach holen können. Wir fighten die jetzt. Wird nicht clean, sagt er. Wird aber sowieso clean. Das weiß ich. Oh. Hat gar nicht mal so schlechten Stuff, der Kollege. Ja, der Typ hat jetzt nochmal was gemacht, Leute. Der ist so stacked, ne? Jetzt auch noch Kopfhuss, oder was? Ey, oha. Fällt locker voll Pot 4, ne? Fällt locker voll. Okay, sollt ihr jetzt haben? Der klingt nicht. Tee ich sehr korrekt. Okay. Dann Final Fight. Boah, der hat noch bei Sonsthaft oder was? Boah, der hat noch bei Sonsthaft. 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 Und da, ich würde sagen, wir machen noch ein paar MLGs. Boah, der hat noch bei Sonsthaft. Und ja, da ist eine relativ spannende Konversation entstanden, was ich eben aufgenommen habe. Und die werdet ihr dann in ein paar Tagen sehen. Also freut euch auf jeden Fall darauf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, was eben dieses Video sein wird. Und ja. Ciao. But I'm weak, and what's wrong with that? Boy oh boy, I love you when I fall for that. I'm weak, and what's wrong with that? Boy oh boy, I love you when I fall for that. We have to close it up. Go to the right. To keep it up with feelings, man.